Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einem kleinen Infovideo. Und zwar ist es so, dass wir momentan noch ein paar Mitglieder suchen für unsere RAID-Stammgruppe. Wenn ihr also noch eine Stammgruppe sucht, dann solltet ihr euch das hier vielleicht mal ein bisschen genauer anhören und je nachdem, ob es auf euch zutrifft oder nicht, könnt ihr euch ja dann einfach mal melden. Und zwar es ist so, dass wir uns leider von ein paar Leuten verabschieden mussten. Ja, unter anderem aus Zeitgründen spielt hier auch im Grunde keine Rolle. Jedenfalls suchen wir momentan noch einen Heiler und drei DDs für die Stammgruppe. Das heißt, wenn ihr Heiler oder DD seid und noch eine Stammgruppe sucht, wäre das vielleicht schon mal was, was in die engere Wahl ziehen könnte. Für den Heiler-Stammgruppe Stammplatz wäre es cool, wenn wir einen Droiden oder Mönch Heiler finden würden, weil der am besten in das Setup passt. Bitte keine Shammies, weil ja, das geht halt mit dem ganzen Gear und den Tokens nicht aus. Dann haben wir halt so viele Leute, die auf ein und dasselbe Gear rollen und das bringt ja keinem was. Falls ihr also interessiert seid an einem Stammplatz, dann solltet ihr einige Dinge beachten. Und zwar solltet ihr ein Item-Level von mindestens 520 haben, besser ist natürlich immer gut, und zumindest Non-HC-Erfahrung haben, dass quasi die Grundlagen da sind, wenn wir dann die HCs tryen, bzw. HCs machen, dass man nicht großartig noch die Grundmechanik des Wortes erklären muss, sondern nur halt auf die HC-Fähigkeiten eingehen muss. Ja, was erwarten wir sonst noch von euch? Natürlich Anwesenheit und Pünktlichkeit an den Raid-Tagen sollte selbstverständlich sein, aber ja, ich erwähne es halt noch mal. Die Raid-Tage sind mittwochs, sonntags und dienstags, jeweils von 20 bis 23 Uhr. Also wenn ihr an den Tagen oder an einen von den Tagen schon nicht könnt, dann ist es vielleicht nichts für euch, bzw. vielleicht für einen Aushilfsplatz, da kommen wir dann im späteren Verlauf noch mal zu. Wichtig ist, dass ich erwähne, dass wir keine Hardcore-Progress-Gilde sind. Also klar, man will weiterkommen, man versucht auch alles, um weiterzukommen, aber der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Und wenn ihr echt Progress raiden wollt, dann seid ihr bei uns an der falschen Stelle. Da würde ich euch dann bitten, euch bei einer anderen Gilde zu bewerben, denn wie gesagt, klar, wir wollen weiterkommen, aber es ist nicht auf Teufel komm raus, mit dem Knüppel auf den Sack sozusagen, dass wir unbedingt weiterkommen. Wenn es mal nicht ist, dann ist es mal an einem Tag so, dass es ein bisschen blöder läuft, was natürlich nicht der Fall ist, also der Regelfall, aber ja, wie gesagt, der Spaß steht da schon im Vordergrund. Zudem brauchen wir Leute, die sich auch in die Gilde integrieren, also Leute, die nur zum Raid on kommen und dann gar nicht mehr gesehen werden, beziehungsweise in der Woche nicht on sind. Das ist nicht so in unserem Sinne. Wir wollen halt so eine gesellige Runde haben und ja, einfach, dass man halt auch unter der Woche einfach mal ein paar Innis macht oder alte Raids oder irgendwelche Erfolge, dass man halt so eine Gemeinschaft hat. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Also wenn das auf euch zutrifft, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, was könnt ihr von uns erwarten? Fragt ihr euch sicherlich. Ja, wie erwähnt, wirklich viel Spaß beim Raiden, beim Spielen an sich. Wir haben ja einige Leute bei, die PvP machen, die Erfolge machen, alte Raids machen und so. Also das ist eigentlich für jeden was dabei. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann bewerbt euch doch einfach mal und dann gucken wir weiter. Gegebenenfalls machen wir dann noch ein kleines Gespräch im TS, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, ob das so hinhaut, ob man sich sympathisch ist, weil das ist auch relativ wichtig. Und ja, dann gucken wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das trifft alles so auf mich zu, ich habe da Lust drauf, mit den Jungs und Mädels eine Runde Raiden zu gehen, dann bewerbt euch doch einfach. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach hier in die Videobeschreibung unter dem Video. Da ist der Link zu unserer Website und da findet ihr dann im Forum ein Bewerbungssegment und ja, da schreibt ihr dann eure Bewerbung rein. Was genau da rein muss, steht alles im Forum. Da seid ihr auf der sicheren Seite, lest euch das einfach durch und ja, schreibt ein bisschen was über euch. Dann werden wir gegebenenfalls euch zu einem Gespräch einladen im TS, um dann einfach mal abzuklären, wie das so weitergehen soll, beziehungsweise ob ihr für die Gilde in Frage kommt, ob die Gilde für euch in Frage kommt, je nachdem. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das hört sich alles schön und gut an, allerdings ist das bei mir so eine Zeitsache. Ich habe Schichtarbeit oder generell aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht jede Woche immer zuverlässig dabei sein. Dann würde ich euch vorstellen, bewerbt euch doch einfach als Aushilfskraft sozusagen. Was bedeutet Aushilfskraft? Ihr seid quasi auf Bereitschaft, sag ich jetzt mal, falls mal ein Stammgruppenmitglied aus irgendwelchen Gründen keine Zeit hat, mal ausfällt, dass ihr dann quasi einspringt und dann quasi für die ID oder für die Zeit, wo der Stammspieler nicht da ist, einspringt. Das ist egal, ob ihr Heiler, DD oder Tank seid. Je nachdem, Aushilfsspieler kann man ja immer mal gebrauchen. Wie gesagt, einfach mal im Forum nachfragen, wie das aussieht und dann können wir das ja abklären. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr keine Lust auf Raiden habt, einfach der Gilde so beitreten. Könnt euch auch im Forum einfach melden, wenn er sagt, ja, keine Ahnung, ich habe Lust auf PvP oder ältere Raids oder so, dann schreibt da einfach rein, ja, von wegen, ich würde gerne zwar nicht raiden, aber so gerne der Gilde beitreten oder halt Ingame anschreiben auf Swall. Das können wir ja auch, das ist ja gar kein Problem. Kann gerne jeder in die Gilde kommen. Wir nehmen jeden herzlich auf. Je nachdem, wie alt das Video hier ist, was ihr gerade seht, kann es natürlich sein, dass wir für die Stammgruppe keine Leute mehr suchen. Aber wie gesagt, Fragen kostet nichts. Falls ihr trotzdem das Video irgendwann später mal seht und euch denkt, ja, ich hätte da schon Lust drauf, einfach mal nachfragen. Wie gesagt, kann ja immer mal sein, dass man nochmal Aushilfen braucht oder vielleicht doch nochmal einen Stammspieler oder so. Einfach nachfragen, wie gesagt, kostet ja alles nichts. Und wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch meldet. Wenn das auf euch zutrifft und ihr Bock drauf habt, dann, wie gesagt, ab ins Forum. Falls noch Fragen sind, entweder auch im Forum stellen oder unter dieses Video oder schickt auf YouTube, dpn oder auf unserer Facebook-Seite. Der Link ist auch in der Beschreibung. Da würden wir uns auch über ein Gefällt mir freuen, wenn ihr die Seite liked. Da gibt es auch jede Menge Infos. Die neuen Videos werden da direkt gepostet, damit keiner die verpasst. Und ja, falls wir spontan nochmal Leute suchen sollten, werde ich das da auch posten, beziehungsweise wir. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Ansonsten fasse ich nochmal kurz zusammen. Also wir brauchen für die Stammgruppe einen Heiler, Dudo oder Monk und drei DDs. Da einfach mal bewerben und wir gucken dann, wie das klassentechnisch ausgeht. Wir haben da jetzt noch nichts festgelegt. Ja, wie gesagt, einfach mal bewerben und ich bin raus. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Bis zum nächsten Video. Haut rein.